. Silv, ich ben da Silv mit ö Silv mit ö Wir können hier nicht retten Volhürde Bugs Ich hab die Bugs voll Vergiss nicht, bitte hier Schlüssel, ne? Ja. Schlüssel hab ich doch schon. Nice. Come on, nice. Super. So will ich den sehen. Das müssen wir jetzt ausnutzen. Carsten ist gerade nicht da. Warte mal. Und was weiß wir? Huch. Was hab ich das nicht ausgemacht? Loll. Bist du hier? Was sind denn das für Geräusche da im Endeffekt? Ich hab den Tor gewonnen. Ich hab Teddy Bordezimmer. Mein Gott, ich hab nur mit einer Hand das Spiel. Das ist wirklich nicht leicht. Bist du hier? Lass doch. Voll schön. Also, die feuchte Stelle ist auf dem Dachboden. Das hab ich schon öfters gehört. Was? Die feuchte Stelle haben. Ne, das ist so schön. Ja, ja. Ah, die Flanke war eben weg. Ja, die ist schon wieder weg. Ich kann die Planke verschwinden lassen. Wow. So. Ich, ich habe gemacht Strom. Strom. Strom in die Haus. Der Knochen. Ja. Hallöchen, liebsten alte Holzer. Das hast du wahrscheinlich tausendmal schon gehört, oder? Ja. Genau. Ich bin hier zufrieden. Und vielen Dank für den Ohrwurm. Dankeschön. Äh, Leute. Hier. MF2. Oh. Ja, hier. Er hat mir gerade schon vor der Nase zugemacht. Ich habe Knochen. Ich habe Knochen. Alles andere ist mir egal. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr hier hinten? Oben. Oben. Hinter der Treppe. Oben. Da sind die Emotes für den Holzmichel. Herzlich willkommen. Bist du hier? Da ist er. Holzmichel. Boah, ist euch ein Ohrwurm. Ist er hier drin? Der alte Holzmichel. Ist er hier drin? Der alte Holzmichel. Der alte Holzmichel. Michel noch. Ich meine, ich bin im EMF verschwunden. Gefriertemperatur haben wir hier. Ja. Wir wollen das doch mit dem Dings machen. Ja, ich hole schon. Hier ist einer. Boah. 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 Fertig. Na ja. Was? Gefrier? Ne, das Ding war ja nur auf 2. Boah. Äh. Gefrier und Buch. Okay. Was heißt denn da? Fertig. Dämon oder Jurai. Wir nix. Fertig. Wir brauchen die Orbs. Oder wir brauchen... Vielleicht gehen wir nach Orbs. Dann könnt ihr das mit dem Teddy machen. Erster Teddy steht. Fertig Fox. Fertig Fox. Warte, die liegt hier. Die ist sofort drin im Kasten. Isa, tu. Isa, jetzt geht's los. Oh, warte. Warte. Bist du hier? Warte. 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 Er ist ja noch im Raum. Er soll eine Frau alleine sein. Ja. Also, nochmal. Bist du hier? Bist du hier? Mach die Tür zu. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Na, wir wollen das nicht sehen. Mach die Tür zu. Aber mit Phasen. Geht das auch? Da steht doch auch ein Teddy. Der hat doch schon jemanden. Ach so, ja. Teddy, wo? Da. Okay, Isa. Spiel mit mir. Sag's mir. Nein, nicht reden, wenn wir das sagen. Weil das ganz leise ist. Möchtest du mit mir spielen? Wir spielen. Wir spielen. Spiel mit mir. Wir spielen. Spiel mit mir. Spiel mit mir. Spiel mit mir. Nein, bist du schwerhörig? Okay, mit Isa will er nicht spielen. Nee, Marc nicht. Wir haben eine Challenge gleich wieder, o ne, ne. Eine Challenge für nächste Runde mit Kerzen. Gut. Ich wollte noch was anderes machen. Ist er erledigt. Danke. Der hat in dem Moment die Tür aufgemacht. Mach ich. Nun lasst doch die Tür zu. Geht der wieder rein? Wir haben ja noch was zu erledigen. Bewegungssensor. Das kann man erst mal machen. So, Ruhe jetzt, sonst hörst du das nicht. Hilfe, sie ist hier drinnen! Hilfe! Ja, sie steppt um dich rum, ne? Das musst du ja. Das ist so, das ist so. Dann will sie mit dir spielen. Mach Tür zu. Echt? Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Jetzt, und jetzt. Achtung! Spiel mit mir! Tür zu! Spiel mit mir! Da war's! Da war's! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es war da! Es war da, es war da! Es war da! Können wir jetzt weitermachen, ganz regulär, ja? Willst du mit mir? Ich will auch noch mal, geh raus! Oh ja, warte, warte, warte! Es hat gelacht! Ich will auch! Spiel mit mir! Und du kannst räuchern, wenn wir dann endlich reinkommen! Spiel mit mir! Komm mit! Spiel mit mir! Mit mir will er nicht spielen! Aber hast du gehört, Pinky, ne? Ja, das war voll leise! Ja, total leise! Cool, Leute! Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren! Nöäh! Für seid ihr jetzt fertig, können wir jetzt den Rest machen, ja? Ja, wir sind fertig! Als ich das letzte Mal probiert habe, bin ich gestorben! Ja, man muss hau Priorität sitzen! ja genau man muss priorisieren überleben ist das ist doch nur spiel ich stelle mich jetzt auch vor den geist und trotzdem liebe ich dieses spiel immer noch also salz und stadt räuchern alles schon drin pass auf das machen wir jetzt wir stellen uns jetzt läuft räuchern schön kann sie singen ja alte hexe war sie da drin ja warum hat dann das räuchern nicht geklappt habe ich euch extra ein tusch reingemacht und nix funktioniert war ja ich will auch noch mal quallen hier okay das war eine runde qualm hier außerdem sind wir hier bloß zählt oder zieht euch eine tüte schon erledigt ja warte danke ich habe auch gesagt ihr schweige nö ist nicht scheiße auch mal einen hier an der tür immer noch kriegt wenn ich hier zu dicht dran stehe ja das kann sein ich riskiere mich riskieren muss noch drin das will ja herausgepatscht habe ich bekommen wir kommen kaum ist drin ja ich lenk ihn ja ab ich bin hier in der tür oder hast eine was in insta suite was crazy kämpfen was habe ich haben wir das ja haben wir wir haben eine baby mit also also hatten wir leider ist sie überfahren worden wir haben nie vergessen ist im live stream gewesen ja 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 und nicht darüber reden dann wird ja ich werde das kommen wo bist du ich bin jetzt draußen ist hier nur der raum oder ist hier noch an der ecke da hinten im übrigen ist alles nur so 10 das braucht man nicht und das weibaut ist clean das war die schlanke mit dem spagetti trägerkleid spiel mit mir hat ich mach die tüste sie hat gelacht sie hat gelacht oh entschuldigung der kleine hat sich erschrocken sie hat gelacht sie hat gelacht schon wieder schon wieder spiel mit mir spiel mit mir hat ja gesagt am besten funktioniert es beim juhai spiel mit mir spiel mit mir spiel mit mir spiel mit uns aber er hat bei dir gelacht und bei mir auch spiel mit uns spiel mit uns was das geht mit dem teddy und fassmo ja das geht wirklich jetzt tanzt er gerade hörst du das ja ja ich hab's gehört und wenn du einen teddy in den raum legst wo der geist ist und du sagst spiel mit mir mit mir dann kommt das selten aber es kommt vor dass er den letzten lacht ergänzt also hihihi sagt er dann spiel mit mir und vielleicht hast du auch noch mal die chance dass er den versteckt ist total nein es soll in jedem haus funktionieren wir haben bisher nur im blutel ausgeschafft soll ja wir haben ein paar ich glaube ich kann hier hinten ist doch ich komme kasten warte auf mich ja komm schnell ich komme schnell starte mal mein fass muss siehst du das muss direkt ausprobieren es muss echt cool das ist wirklich cool wenn du das machst totale ruhe muss richtig hinhören einer von den schränken ist verpackt übrigens ja ja ist okay das ist ja furcht oder kaufsage spaß ich habe ich habe das lachen gehört ja ich auch lass uns gern weiterreden dann kommt der hierher kommt zu uns hier sind wir such uns kannst du mal nach dem hasen auf dem bett schauen was ist da mit dem hasen was ist da mit dem hasen ich bin auch wenn der noch da ist ja den kann er ja versteckt haben dass das herrte also trio prioritäten das müssen wir jetzt das müssen wir jetzt unbedingt das müssen wir alles andere ist egal wir kommen auch geiler hat gelächelt und man hat es echt gehört dieses jahre sitzt noch einmal einmal noch einmal noch okay spiel mit uns spiel mit uns spielst du mit mir auch hinter mir ja ich laufe hinter euch her einer wird jetzt sterben das kann ich in den hinteren wenn ich es noch schaffe alles klar du lebst noch ich gehe nach oben das war sehr gut ich gehe gleich hier raus ich bin die ganze zeit hinter euch her gelaufen und dann hat sie kehrtmarsch gemacht und bin ich zurückgekommen cool wir haben es geschafft wir haben sogar zweimal geschafft ja mega sehr schön ah schön äh dritter beweis war buch ne nein die orbs oh ja okay orbs stimmt ich hab ja buch schon steht jaja das mal darauf achten halb sechs wollte bärte dazu kommen darf nur bescheid wenn es halb sechs ist morgen früh mal alle jetzt in die gruppe schreiben ist schon halb sechs sag mal hör mal ja ich streit schon mal rein ja 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 hu ne es der If you don't come play with us, then we will kill you.